Als Vespa von Ephesus wird das Blutbad an rund 80.000 Römern und Italikern im Jahre 88 v. CHR bezeichnet, das Mithridates in allen Städten der von ihm besetzten Provinz Asia angeordnet hatte. Die Vespa von Ephesus fällt in die Zeit der mithridatischen Kriege. Diese hatten ihren Ausgangspunkt in Versuchen des Mithridates, seinen Herrschaftsbereich in Kleinasien zu erweitern. Und führten zu Konflikten mit Rom, das eine solche Machtkonzentration in dieser Region nicht tolerieren wollte. 89 88 trat die Stadt Ephesus zu Mithridates über. Der Pontiché-König Mithridates beabsichtigte mit der Vespa von Ephesus jede italische Opposition in dem von ihm beherrschten Gebiet auszuschalten. Zugleich war sein Ziel, die materiellen Erwartungen seiner Parteigänger zu befriedigen. Mithridates hatte sich im Zuge seiner annexionistischen Bestrebungen zwar zum Befreier der Griechen proklamiert. Doch war es ihm bis dahin nicht gelungen, seine Kriegskasse aufzufüllen. Als lohnende Zielgruppe machte er somit die in Kleinasien ansässigen Eiteliker aus, die durch ihre Herkunft nicht seiner Politik angehörten. Zudem waren diese Leute vermögend, da sie überwiegend im Handel und in der Verwaltung tätig waren. Als weitere Ursache für das von Mithridates befohlene Pogrom wird auch der aufgestaute Hass der Bevölkerung der Provinz Asia auf die römischen Steuerpächter angenommen, welche die Provinz über 40 Jahre ausgebeutet hatten. Somit befahl Mithridates per Erlass von seiner Residenz in Ephesus aus die Ermordung aller Eiteliker gleich welchen Alters, Standes oder Geschlechts an einem bestimmten Tag. Die Bestattung der Getöteten wurde untersagt. Der erste Mithridatische Krieg wurde durch den Friedensvertrag von Dardanos im Jahr 85 v. chr. beendet. Bei der Neuordnung Kleinasiens verhängte Sulla 84 v. chr. Über die Stadt Ephesus, die sich zu bereitwillig auf die Seite Mithridates stellte, ein Strafgericht. Die Stadt verlor weite Teile ihres Territoriums und die Häupter der antirömischen Partei wurden hingerichtet. Es erfolgte eine Brandschatzung. Als zusätzliche Belastung richtete Sulla hier sein Winterquartier ein. In der Nähe 5 Vielen Dank.